Spieltag 42 in der DEL 2 und Keller-Duell waren gesagt in der heimischen Wie-Eis-Arena die Lausitzer Füchse auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das waren der Gastgeber, dasselbe Wölfe, die ihrerseits Tabellen-Schlusslicht sind, aber auch das hat bei denen in dieser Saison viele, viele personelle Sorgen hervorgerufen. Viele Ausfälle, viele gesundheits- und verletzungsbedingte Ausfälle, so sind sie dennoch an diesem Spieltag hier in der Wie-Eis-Arena in die Lausitz mit gerade einmal zehn Feldspielern und zwei Torhütern gekommen. Wollten also ihr Gesicht wahren und wollten ihre Spielfähigkeit hier noch nachweisen, machten dann sogar in der siebenten Spielminute den ersten Treffer zum 1 zu 0. Nick Miglio bekam hier die Vorlage und netzte dann bei Leon Hungerecker ein. Dann gab es doch mal einen Videobeweis, aber die Schiedsrichter waren sich einig, das Tor zählt. In der zwölften Minute dann Hungerecker nach einem Konter der Selberwölfe. Hier der Sieger, sonst hätte es hier fünf Minuten nach dem 1 zu 0 auch gut und gern schon 2 zu 0 für diese zwei Reihen der Selberwölfe stehen können. Und die Lausitzer Füchse suchten hier krampfhaft nach ihrer Form und die fanden sie dann allerdings erst in der 15. Spielminute durch die erste Reihe. Hunter Garland und Peter Grenville machten hier die Vorlage auf Bennett Rosmi und der markierte den Ausgleichstreffer zum 1 zu 1. Im Mittelabschnitt dann erneut die Lausitzer Füchse, wenn auch nicht schön, aber dann doch erfolgreich. Moritz Raab von der Blauen die Scheibe reingebracht. Toni Ritter macht hier das 2 zu 1. Und nur vier Minuten später war es erneut Moritz Raab, der hier die Scheibe direkt in den Slot bringt und der kleine Megitalo nimmt sich die Scheibe und schiebt zum 3 zu 1 ein. Zwei Minuten später dann ein riesen Konter. Fabian Cucci macht hier einen Alleingang auf Leon Hungerecker, aber der Torhüter der Blau-Gelben bleibt in diesem Duell der Sieger. In der 40. Spielminute dann eine 2-Minuten-Strafe für Bennett Rosmi und das war in diesen ersten beiden Dritteln auch die erste Strafe überhaupt. Also insgesamt ein sehr faires Spiel. Die Selberwölfe mussten auch aufpassen, dass sie hier nicht noch mehr Spieler durch Verletzungen direkt aus dem Spiel heraus verlieren. Im Schlussabschnitt die Lausenzahn noch in Unterzahl die ersten Sekunden und nach 20 Sekunden musste sich dann Hungerecker hier zum ersten Mal auszeichnen. Ohne Schläger schmeißt er sich dann dort auf die kleine schwarze harte Gummischreibe und verhindert hier den Anschlusstreffer durch die Selberwölfe. In der 46. Spielminute dann Toni Ritter eine Strafe wegen Stockschlags. Da hatten unsere Gäste nochmal eine Minute später eine Riesenschance. Der puckt, trudelt auf Hungerecker drauf zu und dann hätten sie ja fast die Möglichkeit gehabt, nutzen sie aber nicht. Und dann kommt dieser bestrafte Toni Ritter auf die Eisfläche zurück und läuft hinter Valentin hinterher. Valentin wird die Scheibe abgestochert und dann war Toni Ritter genau an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und macht hier das 4 zu 1. Drei Minuten später nochmal eine Kontermöglichkeit durch Selberwölfe, aber Hungerecker macht es hier auf dem Hosenboden klar, hält die Scheibe unter sich und lässt sie nicht ins Gehäuse durchrutschen. Und drei Minuten vor Ende war es dann wiederum Reihe 1, die hier den Endstand markierte. Hunter Garland auf Peter Cranwell und das entscheidende 5 zu 1. Peter Cranwell und das entscheidende 5 zu 1. .